So, willkommen zurück bei TorchLight. Ja, eigentlich bin ich müde, so, Schwimmbad und so, gestern. Oh, der sieht cool aus, okay. Äh, aber ich war noch ein Video für immer. In Marken habe ich nicht so viel Zeit jetzt aufzunehmen. Also, dann wird es halt irgendwie erst in vier kommen. Und, äh, deswegen nehme ich jetzt noch eins auf, wo ich eigentlich recht müde bin. Weil ich heute im Schwimmbad war. Und Fußball spielen und so. Und das ist auch schon später. Mittagmorgen habe ich auch wieder das Frühjahrsschule. Und deswegen hätte ich jetzt eigentlich nichts mehr aufgenommen. Aber, äh, nächste Woche muss ich ja leider schon wieder Pause machen. Es gibt, äh, schon wieder Pause machen, weil, weil wegen Abschlussfahrt und so, eine Woche nicht da. Und deswegen gibt's da, und ich hatte erst, weiß nicht, erst, ist schon ein bisschen länger her, aber auch nicht so lang. Äh, äh, eine kleine Pause. Kann irgendwie in einer Woche halten, wegen Prüfung. Und deswegen will ich jetzt wenigstens die Woche noch, richtig. Während ich weg bin, könnt ihr natürlich gerne irgendwie bei anderen Leuten reinkommen. Ich hab ja ein paar, da in meiner anderen Kanäle, dingens. Wobei, mal kurz überlegen, wer bringt regelmäßig was raus von denen. Also, einer kann nicht mehr. Einer hat ein zu schlechtes Internet, um richtig hochzuhalten, also Headhunter. Tihi darf nicht, wegen irgendwie anderem Zeug. Äh, Eis-Koffee bringt regelmäßig Videos raus. Mehr als regelmäßig, hätte ich gesagt. Äh, Kuro eigentlich auch, aber der ist im Urlaub. Deswegen, ein paar hat er, glaub ich, vorgetreten oder so, oder dann zum Video angekündigt. Aber, ähm, das reicht, glaub ich, nicht für jeden Tag eins. Mal kurz lesen. So. Guck, ich hab mich kurz gemutet. Müssen wir ja anscheißen. Nicht unbedingt, während ich hier rumdienst. Nein, ich schon wieder da stehen. Alla. Und, äh, dann hab ich noch Schattenpumor. Der bringt auch regelmäßig Videos. Wo hab ich's sonst noch hin? Scheiß Mimik. Äh, also Headhunter, Ice-Koffee, Kuro, Headhunter, Ice-Koffee, Kuro, Tihi, Schattenpumor. Glaub ich, ich hab noch 5 Euro mit drin. Es gibt natürlich noch viele andere Let's Play. Kann ich natürlich auch alte Projekte von mir angucken, wobei... Ganz alte Videos von mir haben halt noch nicht so eine... ...crosser Qualität, so mit Vollbild. Die alten haben nämlich noch schwarze Ränder. Und die... Ich find auch meine Kommentier-Qualität war zwar ziemlich... ...lausig, wie bei fast jedem am Anfang. Ich glaub, keiner hatte... Ich glaub, jeder hat sich... ...mit der Zeit verbessert. Und... ...ah, ich treff gar nichts. Nicht gut. Und... Ich glaub, ich kenn dir... ...was aber auch... ...blöd ist, mein erster Kotor-Part... ...ist gesperrt, weil... ...da Star Wars-Musik drin war... ...anzu Anfang bei Kotor. Und das haben sie gesperrt. Trotzdem hat er die meisten Aufrufe... ...kann das ja auch umgehen mit dem... ...dieses Videos in deinem Land nicht verfügbar. Ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich muss mich mal hier weiter durch. Das ist fünf Minuten aufgenommen. Das kommt mir echt schon länger vor, muss ich sagen. Aber wie ein Boss, da mach ich mal hier. Ja, ich merk's, wie du verwundet wirst hier. Krank ist das. Kursor da. Ich töte dich. Alles einsammeln. So, guck ich mir jetzt erst mal. Oh, Mann. Wie bist du gesetzt? Ist vielleicht das natürlich wieder was, was ich nicht brauchen kann. Ne. Hat der noch was? Weil ich glaub... ...der hat ein paar Sachen eingezogen. Gucken, wo der was hat. Ne. Was hat er eigentlich für Ringe? Ne, keine. Nop. Nix. Soll er hier sein Skelett beschworen? Fünfte Skelett ist mir einiges... ...besser. Ah ja. Selbstheilung. Vielleicht soll ich die mal benutzen. Die ist jetzt ziemlich hoch. Selbstheilung 5. Gegensatz zu dieser gammlichen Selbstheilung 3. Äh, Allerheilen 3. Und der hat ja auch Allerheilen, glaub ich. Allerheiligen. Ah, haha. Muss ich mal nachgucken. Und? Was hast du? Allerheilen 1. So, was hab ich? Allerheilen 2. Kann ich das... Kann ich das auch, äh... Ich darf ja den SDR gehen. Ich glaub, dann ist er weg. Ja, egal. Wie viel Halt ist... 7 mit 5. Okay, das ist schon mal was. Äh, jetzt ist mein Skill hier raus. Ich hab ja nicht hier jetzt... Ne, gut. Die 90er, das ist ja echt cool. Ich hab ja nicht mehr drauf. Die 90er, das ist ja echt toll. Nichts,か, traut. Tiga. Mann, Mann. Ich hoffe, wenn ich gerade nicht viel labere und so. Aber ich bin gerade etwas müde. Wann hatte ich die letzten Tage Schule um? Kurz mal nachdenken. 10 Uhr. 10 Uhr. 10 Uhr irgendwas. Bin ich denn jetzt hier fertig oder nicht? 10 Uhr 25. Genau, jetzt habe ich es morgen wieder um 8 Uhr 30. Also 2 alte Feste. Ich denke mal, hier muss irgendwas sein. Was suche ich nochmal? Äh, ist doch das... Wo? Cool. Cool. Ähm. Einerseits die Klotenlinse. Okay. Das ist ja jetzt die Klotenlinse. Dann habe ich mir... tollen Auftrag. Nein, dazu habe ich mich noch aufklemmt. Das ist ja gerade gar keine Hauptstory. Story. Ich würde mir alles eigentlich viel lieber machen. Aber ich habe keinen Bock, dann einen Endkampf nicht... Spockern. Ich bin ja schon alt drücken. Ich glaube, das sind echt geile Tanks. Ich denke mal, sowas braucht man immer nicht gerade. Wie heißt der? Wer ist der Herr Karte? Was ist da? Ist das ein Nahkämpf... Nahkämpftypen. Alter, halt. Ist auch nicht Destroyer genau. Zerstörer. Ich habe ja die Bezwingerin. Gibt es noch den Alchemist? Schieß nicht auf mich, du... Scheiß Kunststrukt. Na guck mal, die Klotenlinse. Endlich. Und der Fall ist natürlich noch was. Sechs. Sieben. Sieben. Acht. Jetzt werden die alle abgemürzt. Ja. Oh. Eine Axt. Super. Aber ein Gewehr. Das könnte was werden. Ich hätte gerne mal andere... Nein. Ich hätte gerne eher Rüstung. verbessert. Ich muss noch irgendwie... ...so ein Portal finden. Aber wieder ein Boss. Scheiß. Mimik Warreck Mimik kämpft für mich Ja, er kämpft dann aber auch mal Ich sammle erst mal hier ein Vorne lag doch noch was Ne, nicht, okay Dann halt nicht Sind viel Zeug Komme ich jetzt hier raus Hier ist der letzte Ja Ja Schreiben Wenn ich das drücke, dann Kann Muss ich das mal in Begleiter aufheben Gut Geh in den Laden Ihr Begleiter hat sich auf den Weg Ne, das ist alles Müll Viel Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part hier wieder, wo ich durchs Portal gehe, mein Zeug verkauf und wieder in das Dungeon Und dann zurückgehebe, wo es war Bis dahin, tschüss Bis dahin, tschüss Bis dahin, tschüss Bis dahin, tschüss